Seit Fessler VILOG ist persönlich kompetent und faszinierend. Dank der neuen BMW Delivery App können wir in der Corona-Zeit und der Einhaltung der BAG-Vorschriften eure Ablieferung faszinierend gestalten. Euer Fahrzeug können wir via Chassis-Nummer ganz einfach aufrufen, die Ablieferung planen. Die Ausstattungsmerkmale von Ihrem Fahrzeug werden wir in der Viertelstunde miteinander anschauen. Die gewünschten Videos, um nachher von daheim bequem anziehen und in Ruhe das nochmal durchgehen, können wir miteinander auswählen. Das digitale Übergabe-Protokoll, das ist jetzt bereit. Und ich freue mich auf meine Kundin. Grüezi Frau Saude, jetzt ist es soweit. Nehmt Sie sich auf Ihren Schlüssel und möchtet euch neue Noten begeistern. Kommt mal! Schön! Wow! Ich freue mich auf Ihren Fahrzeugen. Die Zeit beginnt jetzt. Und aus einem Ringrad machen wir gerne noch ein Fettchen von Ihnen. Das schicken wir mit den Videos Ihnen gerne zu und wünsche Ihnen ganz viel Freude für neue Fahrzeuge und gute Fahrzeuge. Danke für morgen!